Die Entdeckungstour von Assassin's Creed Die Entdeckungstour von Assassin's Creed Die Entdeckungstour von Assassin's Creed Wie immer war es das? Ich werde nicht wieder erinnern, wir hören es damit zu weit ist, also dann bis gleich! Die Ägypter beförderten diese unheilvolle Entwicklung selbst, indem sie Diebesgut verkauften, Steine aus den alten Monumenten schlugen und alte Lehmziegel entfernten, um sie für andere Zwecke einzusetzen. Die Entdeckungstour von Assassin's Creed Ein wichtiger erster Schritt zur Bewahrung von Ägyptens Kulturgütern war die Gründung des Antikendienstes im Jahr 1858. Die neue Behörde wurde von ausländischen Wissenschaftlern unterstützt und von August Mariette geleitet. Er überwachte von nun an fast alle größeren Ausgrabungsstätten in Ägypten und sogar Nubien. Um für den Verbleib der Kunstgegenstände zu sorgen, forderte Mariette 1858 zudem die Einrichtung eines neuen Museums, dem Vorläufer des heutigen Ägyptischen Museums. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gaston Maspero, Mariettes Nachfolger, erweiterte und strukturierte den Antikendienst um und regte Gesetze zur Regulierung des Exports von Kulturgütern an. Französische Wissenschaftler leiteten den Dienst, bis man ihn in den 1950er Jahren an Ägypten übergab. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Ägyptologie rasch zur respektierten Wissenschaftsdisziplin mit eigenen Institutionen und Gesellschaften. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der französische Architekt, Archäologe und ehemalige Forscher Jean-Claude Galvin hat sich auf die Rekonstruktion antiker Städte und Kunstwerke spezialisiert. Bis heute fertigte er über 800 kunstvolle Zeichnungen an, darunter drei Bände, in denen er das alte Ägypten wieder aufleben lässt. Seine Arbeiten sind von bestechender Detailtreue und in Büchern und Museen weltweit zu sehen. Die ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Team war begeistert, als Golvin zustimmte, es bei der Entwicklung des Spielsettings zu unterstützen. Golvin entwickelte 19 exklusive Aquarelle für das Entwicklerteam und erschuf auf Grundlage wissenschaftlicher Daten detaillierte Interpretationen diverser Orte und Bauwerke des alten Ägyptens. Sowohl die frühen Skizzen als auch die ausgeführten Bilder dienten dem Team anschließend als Referenz für das Setting von Assassin's Creed Origins. Untertitelung des ZDF, 2020 Obwohl die religiöse Kultur und die Monumente des Grabkultes auch weiterhin erforscht werden, hat sich der Fokus der modernen Ägyptologie verschoben. Heutigen Ägyptologen geht es weniger um die aufsehenerregende Entdeckung beeindruckender Artefakte als um die stetige Wissenserweiterung. Auch heute wird noch vor Ort an Ausgrabungsstätten gearbeitet und geforscht. Den Großteil ihrer Zeit verbringen Ägyptologen jedoch in Büchereien und Archiven. Untertitelung des ZDF, 2020 Moderne Archäologie in Ägypten basiert auf der interdisziplinären Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern vieler anderer Fachbereiche und einem breiten Spektrum neuer, nichtinvasiver Techniken. GPS-Daten, Satellitenbilder und Bodenradartechnik verschaffen den Archäologen bereits vor der eigentlichen Grabung wichtige Einblicke in das Bodeninnere. So, und das war es auch wieder für diese Tour. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, dann bis zum nächsten Tour. Also dann, bye bye.